Diese Saison macht mir sehr viel Hoffnung, weil ich motiviert bin und ich mit einer Siegeserie habe bekommen. Wir haben ja Ende letzter Saison auch gut Siege eingefahren, das muss man einfach so sagen. Finde ich auch deutlich stärker als auch die Saison davor und Anfang der Saison. Und wie gesagt, so wie es im Moment startet, wenn ich jetzt mal da gestern meinen Solo-Cue außen vor lasse. Ach man, dieser Zombie-Wall-Kack, dass der einen so ein bisschen da wegdrückt. Wir den da müssen wir kriegen. Hook! Und töten! Sauber. Ja, ich habe es auch erst gedacht, aber irgendwie hat es der gute Scheik jetzt noch geschafft, da irgendwas drauf zu hauen. Und dann nachdrücken wir. Oh, hier, der ist reingerannt. Jo, jetzt rennt man so rein. Wollen wir nach unten? Jo, ich muss einmal beim Brunnen vorbei. Ich will ja noch den Globe haben und dann... Ich bin ganz ehrlich, ich finde Anduin muss genervt werden. Wieso spielst du nicht, du hast auch irgendwie Anduin ein bisschen vernachlässigt, da habe ich schon mehr vergessen. Ja, weil ich mir Bock auf Lucio hatte, ganz ehrlich. Was heißt, vernachlässigt? Nein, dein Heelhand ist eigentlich ziemlich gut. Mit Stolz auf diese Zerstörung. Aber dafür spielt er jetzt häufiger mal neue Helden. Also, ne? Was? Dafür spielt er auch häufiger jetzt mal neue Helden. Und dann habe ich ihn nicht aufprobiert. Das war ja das auch gut. Ihr kommt gerade rechtzeitig, um mit anzusehen, wie die Samen bei einer Vergeltung aufgehen. Aber wer von euch... Okay, geil wäre, Teikas, wenn du noch das Camp da kriegst, vielleicht. Nicht alleine. Oh, weiß ich nicht. Mal kieken. Mal kieken. Das ist eine Aufgabe, die man nicht alleine auf dich nehmen sollte. Das ist eine Aufgabe, die man nicht alleine im Namen nehmen kann, Leute. Hat gerade andere, wie ich mir gesagt. Ja, komm. Ich wollte einen gestern beschützen, aber der hat ganz komisch gekönnt. Ich würde es nur ungern sehen, wenn ihr nicht die ersten seid, die die Ernte einfahren. Ach, da kommt endlich jemand zum Einsammeln. Der Gegner kommt jetzt zum Einsammeln. Ach, shit, man, alter. Die Lilly war so geil gehuckt, ne? Es war aber leider keiner da. Da ist einer am Channelen. Leute. Was macht ihr denn? Das war kacke. So, einer müsste mal hier mit dem Gazlo hin, oder ihr geht zu dritt da hin mit Gazlo. Dann gehe ich hier in die Mitte. Und kommen nochmal hier hin, in der Hoffnung, dass ich den Globe mit absnacken kann. Ich werde mit neuer Stärke zurückgehen. Ah, eine Saat geht auf. Okay, dann lassen wir irgendwie versuchen hier. Wir beschützen Welt, ein Talent. Die wollen sich nämlich hier schon aufbauen. Kann mir einer Vision geben für einen Hook durch die Wand? Und, dass sich einer hier so hinstellt? Ja, ich gehe da mal hin. Das ist alles lange. Okay. Da ist meine geliebte Saat. Wolltet ihr so lieb sein und sie einsam. War mir nicht getroffen, schade. Ja, Mann. Mann, was geht denn der Hook daneben? Mann. Wieso war der Treffer da nicht gewertet? Das kann nicht sein, Alter. Ich habe... Also, der ist in den Busch gelaufen. Ich habe einen Hit gemacht. Und weil er im Busch verschwunden ist, hat er keinen Hit gekriegt, oder was? Ihr müsst den Varian und den Tank in Ruhe lassen. Ja, ich kann nur gehen. Der hat mich hier in den Angriffen. Hm? Ja, das mag ja sein. Sonst würde ich da nicht abstreiten. Dann soll er mich hier in Ruhe lassen. Aber das Problem ist halt, entweder wir gehen halt rein und müssen voll reingehen, oder wir spielen so defensiv, dass ich einen rausfucken muss. Das Problem ist nur, dass wir da halt dann recht Interrupt schlecht sind. Und wenn ihr hier zu mir kommt, versuche ich einen Hook durch die Wand. Die Lily. So, und jetzt bitte ein Interrupt da drauf. Ach, scheiße, Mann, Alter. Das ist halt echt die Kacke, ne? Wir haben keinen zum Interrupten. Kommt da weg. Kommt da weg. Können wir hier den Greymane vielleicht töten? Warum will denn keiner mit mir töten? Hallo, wieso will hier keiner den Greymane? Ja, egal. Na, wir haben dem Gegner erlaubt, euer Vorzuzähl. Dann, mache ich mein Ding. Wäre halt ein guter Kill gewesen, weil er dadurch dann auch seine Stacks verliert, ne? Und deutlich schwächer wird und es war ein sicherer Kill. Und er ist bei uns in die Ports reingelaufen. Wollen wir nach oben? Die stellen sich da alle auf. Ja, wir machen die kaputt. Die Ungeheuer des Feindes sind gefallen. Oh, und ihr habt sogar überlegt. Den da, den da zuerst. Hebt euch eurem Zahn hin. Ah, ein Sterben. Oh, das Problem ist, ich hänge in diesem Kack-Camp drin, ey. Halt, danke zu mir. Okay, ein bisschen pushen jetzt oder so. Gar nicht schlecht. Blutrausch. Boah, das war so ein Kack-Timing, ey. Meine kleine Saat steht kurz davor, aufzugehen. Bereitet euch darauf vor, sie einzusammeln. Ich gehe. Wählt ein Talent. Sammel die Saat ein, Helden. Schnell. Ja, das ist schön. Ne, Body blocken konnte ich nicht. Dammit. Dammit. Haut ihr Blaming nur raus. Nein, der Minion brauchte dann einen Schlag. Ich hab gedacht. Ich spüre, dass eine Saat aufgeht. Seid ihr bereit? Den zu kommt, Alter. Okay. Ja, ich hab den richtigen. Nice. Wie beeindruckend. Was sagt ich hier? Brauch das? Ach, Mann, da war wieder ein Käfer vor mir. Ich hab ihn nicht gesehen. Ich hätt den da sonst vielleicht noch gehobt. Er hat mal hier ein bisschen kommen. Ich gehe ganz kurz in den Brunnen und dann komme ich. Oh, die Minion hält ja schon mal ganz gut auf. Wir müssen irgendwas gegen diese Kack-Käfer tun, ne? Nee, die kommen nicht zu mir. Naja, anscheinend nicht. Nein. Nein, hier. Oh. 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 Habe ich noch mal den Nazibo. Keine Ahnung, was er sich da für eine Mini-Wall gebaut hat. Nazibo, hab ihn. Nice. Klingt auch wegen hat das Game verlassen, weil wir so krass sind. Weiter so. Ein Schwächling ist geflohen. Eine neue Saat gefällt auf Helden. Macht euch bereit. Hahaha. Sie facht hier. Wählt ein Talent. Das hätte auch schlimmer enden können. Chaos. Das verletzt so sehr. No. Ich habe gerade schon gesagt, wir sind so krass, dass du das Game verlassen hast. Ein Held kehrt in den Kampf zurück. Du brauchst mich nicht mehr, ne? Hehe. Du wolltest für Chancengleichheit sorgen, wa? Okay, auf zur Saat, Leute. Ich habe immer noch so ein bisschen Lex. Verzagt nicht. Ich eile zu euch. Ach komm, das gibt es doch nicht. Okay, geil. Junge. Ich finde die Ulti trotzdem stark im Bronze. Ja, ja, ja. Ich wollte gerade sagen, das ist vor allem, weil du in Bronze halt immer gesammelt stehst. Ja. Das ist halt einfach, ich weiß nicht warum, aber jetzt so vor allem auf diesen engen Stellen und so, du hast ja gerade gesehen. Ich mache das da komplett dicht mit meinem Gift. Und der gute Gaslo zieht die alle schön zusammen. Die schützt uns alle und wir können alle munter drauf kloppen. Ich möchte hier ein bisschen Hilfe geben, ich glaube, der lockt mich sonst platt. Doch nicht Was abgehauen Ich kann leider nicht Bleiben um dich zu rennen Das sind so Momente wo alles Ich hab Die 2 gedrückt aber ich kann auf der 2 Auf die Gegner ziehen scheiße ich wollte dich da rausziehen Okay jetzt ist die Ming kaputt Scheiße man ey Ich wollte den eigentlich Eigentlich gucken weil der so wenig hatte Ich hatte die Hoffnung dass ich den kaputt kriege bevor er dich kaputt macht Aber Ich hab den fast selber getötet Naja das ist halt das geschützt ne Bei mir ist das immer das Problem nicht so wie bei ihm Das hat ne Millisekunde bevor ich tot bin komme Sondern bei mir kommt das immer ne Millisekunde nachdem ich tot bin Als die Cooldown weg ist Was Was würd ihr mir damit sagen Wenn der ultil Deswegen weiß ich den nicht Ja Desperation Keine Ahnung Was heißt Desperation Wir brauchen auf jeden Fall wieder Nachschub an Entendomisierten. Aber die müssen alle deutsch sein. Naja, es macht die Sache sinnvoll deutlich einfacher, ja. Ich will hier keine englische Kommunikation oder so. Die lernen schon gar nicht irgendwie Niederländische oder so. Ich guck ja schon immer im Discord halt ein bisschen Ausschau da bei dem Recruiting. Da sind zwar so ein paar deutsch-englischsprachige bei, aber da steht dann halt Bronze bis Platin. Also ob man das heißen soll, ne. Ja, in der Liga geht das ja in Anführungszeichen, aber... Ach komm. Okay, auf dem da. Ich müsste finden hier im Discord. Ach. Ich war im Discord. Solltet ihr nicht diese Saat einsammeln, Helden? Nicht, nein, auf Fall. Ihr solltet da aufhören zu fighten. Wir kämpfen gemeinsam. Wir können das. Ne. Oh ja, ihr könnt das, aber ich glaube in dem Falle jetzt... Wenn die Li Ming abhaut, zieht ihr da den Kürzeren. Und jetzt ist die Li Ming alleine reingegangen gegen drei. Das war natürlich auch nicht viel besser. Ja, aber... ... ... ... Ja, ich weiß. Ich weiß, ich weiß. Also das wäre auch... Also ich hätte euch das auch zugetraut, dass ihr gewinnt, wenn... ... ... ... ... ... dabei gewesen wäre. Ja. Ja. Also dann hätte ich euch den Sieg zugetraut, aber... Oh, da kam der vorne in die Ecke. Oh man, warum denn jetzt Legs, man? Es nervt doch diese Zeit Legs. Hört die. Habe ich denn schon einen Bewegungsgeschwindigkeitsbonus von 10%? Was gibt denn eigentlich, was gibt denn eigentlich das Pferd für ein... ...beschwindigkeitsbonus? So ist das einer? 30. Okay. Ja, aber dann muss ich wenigstens... Ja, stimmt. Es steht 30. Hier hatten wir mal abgesessen, dann steht das da. ... Bald geht eine neue Saat auf, Helden. Wir müssen mal auf dich warten. Sammelt euch für mich! Wir kämpfen gemeinsam! Ach man, wieder einen Millimeter daneben. lassen wir hier oben schon mal irgendwo, ich will den Gloob, ich will den Gloob, der hat mir den Gloob geklaut. Ich krieg so schöne cooldown reduction, scheiße, ich hab den Heiz gezählt. Da hau ich das durch drei Leute durch. Ne, der Bruder will noch nicht werden. Für das Soft Camp Know It. Ja, ich wollte dich hoch hier. Alles gut. Hat nur eine Uplinkzeit von, weiß ich gar nicht wie viele Sekunden, wenn's durchgeht 20 nur oder so. Ein kleiner Sieg, aber ein wichtiger. Bei mir ist das relativ egal, mein Todestimer ist schon um 80% verkürzt. Das heißt, wenn ich sterbe, bin ich nicht lange tot. Eine neue Saat schickt sich an zu keimen. Meine Fresse, warum? Okay, Backline, 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 die Ming. Okay. Ja, jetzt bin ich tot. Ich hätte da nicht stehen sollen und die Ming heilen sollen. Ich hätte das noch weiter entfernen sollen. Samen einmal. Mal. 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 Mal, nimm einfach, lass einfach den Samen einsammeln und dann die geh. Als wenn er wüsste wie mein Cooldown für meinen, für meinen verkackten Stun ist, ne? Ja, probiert dann nur noch zu entkommen und, äh, gut. Ja. Gib es nicht, ne? Gib es nicht. Ne. Mit Sachen. Ja, ich glaub, das war's trotzdem. Ja. Was heißt eigentlich, damn? Ja, damn ist sowas wie verdammt kacke. Verdammt also. Ja, verdammt. Ja, obwohl, wenn die sich noch schlau verteidigen, dann ist das hier noch nicht beendet. Ja. Mit dem Greymane kriegst du das wohl hin. Ah. Aber ich halt ihn auch. Lauf nach oben, lauf nach oben. Ja, gut, dass du die ablängst. Kannst du auch kaputt machen? Ah, kaputt machen kann ich. Zurück, zieh den zu dir. Ah, hatte ich ja erst vor, aber... Wie gesagt, mein Todestimer ist halt geringer. Ich wollte eigentlich den Dings ziehen, aber... Oben ist ein Gartenmonster ganz toll. Ich komme euch zu Hilfe. Ja, aber irgendwie haben wir das gewastet. Ja, geht da nicht raus, geht da nicht rein, geht da nicht rein, geht da nicht rein. Und ist... Hier ein raus, genau. Ne, ich wollte mein eh nicht einsetzen. Okay. Ich wollte schon einsetzen, aber... Lass mal hier irgend unsere Camps machen. 2% Anwirkst mit den Unseuern. Nur 2% Nur 2% Ist taurig. Okay, sie invaden hart. Komisch, komisch. Das war... Zum Glück deren Fehler, ja. Ja, zu zweit gingen die... Okay, da haben sie eingestellt, aber... Ja, die haben vielleicht nicht gesehen, dass die anderen hier oben das Camp machen. Ich hätte vorher kommen sollen, dann wäre vielleicht Gestor und in Gestor. Ah, alles gut. Das war's mit seinen MVP, glaube ich, von Gestor. Ja, komm, ich folg dir. Ah, Mitte macht Sinn. Wollt ihr euch besser darauf vorbereiten, eine neue Sarg einzusammeln, Helden? Mir wäre es lieber, die mal zu kicken und dann zu beenden. Einfach. Die zwei sind doch tot, die zwei aktuell. Komm, hier. Komm zu mir. Komm, Graumin. Das kling ich an. Ja, genau so. So, so wollte ich das auch mal. Jetzt kann man eigentlich besser. Das war unterhaltsam. Da ist sie. Sammel die Sarg auf, bevor es euer Feind tut. Meine Fresse, es ist mir auch immer was im Weg für meine guten Hooks. Wenn ich mal so einen Zauberhook versuchen könnte. In der Reihe. Hier den Azibo. Er wird direkt zurückgelassen von seinem Team. Gut gespielt. Doppelkill. Ja, den Feinschen. Blutrausch. Mit Ben, also. Oh. Good night. Schon vorbei. Es gibt noch so viele potenzielle Opfer. MVP. Du bist irgendwie so oft MVP, wenn ich mit dir spiele. Oh. Mir auch. Der wichtigste Spieler, oder nicht? Du hast hohe Erfahrung für einen Tank. Ich schick euch mal was. Damage ist auch hoch. Und Bektorschaden ist auch vor allem. Ich schick euch mal was. Kleiner ist ja hässlich, ne? Weißt du, was ich an Kleiner hässlich finde? Das ist der dritte Arm, ganz ehrlich. Das sieht echt scheiße aus. Ich weiß gar nicht, wofür er da ist. Um seinen Zepter zu halten. So in der Art, ja. Einen hat er seinen Haken, den anderen haut er kaputt. Nein, ich habe jetzt einen Kollegen, der spielt auch jeden so.